Und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in Valheim. Hallo. Moin Moin. Und Servus. Grüß Gott. Und Goodbye. Oh, 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 da fliegt der Strider. Da fliegt der... Das ist interessant. Das sind unsere Bienen. Oh, scheiße. Okay, direkt hinterm Portal habe ich jetzt eine Monströsität. Ja, ich warte, bis es wieder Tag ist. Wir mögen die mich wieder. Bis jetzt. Das hat mir jetzt mein Bienenhaut gemacht. Nee. Wahrscheinlich mein Wagen. Nee, da steht's. Schifferst du ein... Ah, da bist du am Schiffern. Ja. Wie gesagt, ich komme jetzt so ein bisschen in deine Richtung. Ich hoffe, dass wenn... ...bist du da bist, dass ich dann das ganze Eisen drüben habe. Ich war hier gerade angelegt, aber das war alles nur Grasland bis zu dem Punkt runter, dass ich... Okay. ...wo ich schon das Schneeportal hatte. Da muss ich nicht nochmal in die Richtung laufen. Wow. Ich habe ihn gekillt. Zum allerbeste einmal. Wen denn? Ach, nur so ein Berserker. So. So. Äh, ist Land. Da ist Land. Da ist so ein Berserker. Hab ich. Hab ich. Ah. Nein. Gut, dass da eine Welle kam. Da war eine Riesenmeute traurig. Ist die dunkel hier, wa? Äh, ja. Ich darf nicht vergessen, dass hier auch die Sensenmänner unterwegs sind. Nachts. Am Sumpf. Der macht jetzt zum zweiten Mal das Ding hin. Vor meiner Nase zu. Du musst ja jetzt zu mir hinterher läufst. Vielleicht läufst du auf mir hinterher. Nein. Wo ich grundsatzliebe da hin muss, wo ich hin muss. Ich war vor dir. Hihihi. Jetzt weist halt so Leute her. Weißt doch. Leute Leute. Leute Leute. Du weißt doch, was sich neckt, das liebt sich. Warte, ich kenn's andersrum. Was sich liebt, das neckt sich? Ja. Okay, ich kenn's andersrum. Ich dachte nämlich gerade, irgendwie klingt das falsch. Und dann habe ich überlegt, was du gesagt hast, stimmt doch. Doch. Also, ich kenn das. Also, ich kenn's nur so. Was sich neckt, das liebt sich. So. Okay. Egal. Ich wär jetzt dann bei deinem Portal. Hm. Echt, du warst doch grad mal auf halbe Reise. So, da. Ja, da könnte ne Monstruosität sein, ne? Also, pass auf. Werk 70. Okay. Okay. Oh, da ist er. Ich lock dir mal ein bisschen weg. Ist es wieder tag oder was? Ja. Boah, ich mach echt kaum Schaden bei dem, ne? Wahnsinn. Völpfeile, ne? Äh, die hab ich nicht. Ich hab nur Eisenpfeile bei mir drin, ne? Ich wende mal, ne? Ja. Na, ich hab mir jetzt zumindest mal ein bisschen weggelockt, also. Ich hab da nur Eisenpfeile, ne? Ja, Eisenpfeile. Selber Schulter im Blick. Ja, ich wollte nicht zu viel mitschleppen hier. Ja. Dann verschmähst du melles guten, guten Pfeile. Pfeile. Pfeil-Service. Ja, da in der Krypte hab ich noch die Giftpfeile liegen. Oh, halt, falsche Richtung. Er hat's ein bisschen aus dem Portal abgesehen, kann das sein? Ist er wieder bei dir? Ach ja. Seid ihr sicher, dass es Tag ist, so wie es hier tut? Ja. Da kam die Meldung, Tag 70. Ah ja, gar nicht klein. Scheiße, das ist noch nicht mein Tag. Lebst am Strand. Muss ich mir draufschießen? Ah ne, halt, du machst ja kurz schreiben. Ja, ich bin auch gar nicht da, ich bin ja grad in der Krypta und hol grad das weitere Eisen. Wieder 21. 35, 21 bringe ich jetzt noch mit, 35 liegen da jetzt noch. Das hat halt alles jetzt hier zerstört, ne? Was, auch das Portal? Ich seh kein Portal mehr. Bergbank ist weg. Portal ist weg. Oh, scheiße. Weißt du da eine Kiste? Ich hatte da eine Kiste, ja. Ist wohl auch offensichtlich die Kiste weg. Na ja, gut, aber das Material müsste noch da liegen. Ja, ich, ich park mal. Mal kurz, was hab ich da? Giftpfeile. Vielleicht bringen die Giftpfeile ein bisschen was bei ihnen. Aber irgendwo hatte ich ja noch mehr Giftpfeile. Da nicht. Ah, die waren, glaub ich, vorne. Äh, ja. So, Schatzi, ich habe die Samen erhalten. Karotten. Karotten, Samen. Jetzt muss ich die Karotten aber noch einpflanzen, ne? Damit ich Karotten krieg. Ja, mit den Samen pflanze ich die Karotten ein. Wie hieß denn das Portal hier? Ähm, keine Kennung. Ist hier nicht möglich. Geht doch. Jetzt frage ich wieder zu viel. Oh, der ist ja auch schneller als ich, glaub ich. Echalyptisch, hier das Wetter. Das ändert sich wieder. Nein. Muss ich sagen, zum Scheißwetter. Echalyptisch, dann wird's besser. Die Sonne scheint. Hast du noch Eisen bei dir? Ja, natürlich habe ich noch Eisen in der Krypta. Es liegt noch mehr. Ach so, aber hast du noch welches bei dir? Weil dann würde ich jetzt schon mal losfahren. Ähm, naja, ich habe jetzt, ähm, in der Krypta ist schon fertig gepackt. Ich habe jetzt noch welches Inventar und in der Krypta ist fertig gepackt in der Kiste. Und ich kann jedes, genau, weil ich kann ja jedes Mal immer nur 21 mitnehmen. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Welche Krypte genau? Äh, die... Was ist die kurz an Ping? Äh, ne, ich hab da grad, mein, musst du warten, ne Monstrosität hinter mir. Ne. Aber ich glaub, die müsste ich jetzt abgeschüttelt haben. Ja, ja, die ist weiter weg. Sind sie kurz den Ping drauf? Okay, warte mal. Ping, 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 ping. Da. Okay. Hm. Das finde ich, wenn ich da reingehe, oder? Ja, wenn du reingehst, gleich rechts. Da ist dann so eine Kiste. Okay. Ich hasse das Sumpfland. Das andere Beet auch für Karotten. Das ist einmal was Gescheites da auf den Tisch kommt. Mhm. Mhm. Ja, mach's dir so groß wie du mir wie du gedenkst. Ne, ich hab einfach nur das zweite Feld, was du schon angelegt hast. Okay. Aber Rüben machst du auch nebenbei noch, ne? Ne, jetzt gerade Karotten. Und nachher wieder Rüben, weil... Okay. So viel Samen, aber selten habe ich Karotten. Ja klar, du musst ja erstmal aus den Karotten, die du geerntet hast, dann wieder Saat machen. Ich glaube, sie müssen größer sein. Äh. Oh. So, elf Eisen dort und dann noch ganz schön viel Holz und so nen Scheiß. Okay, ja, das Eisen ist wichtiger. Der Rest ist erstmal so gut. Naja. Ja gut, Eisen ist immer noch dort. Ja, ich bin auch gerade wieder da. So wollen wir dann zusammenlaufen. Wollen wir auch. Okay, warte mal, ich kann noch das Geld auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, da hinten in der Kiste war auch noch ein bisschen klein kruscht. Drei Kilo könnte ich noch. Ja. Ne, halt da so rum. Das da mit, das da, das da. Oh, passt. Passt. Okay, das passt nicht mehr. Das ist aber nur Holz. Dann habe ich alles. Monstrosität voraus. Ja, dachte ich mir schon. Irgendwo. Da. Oder auch nicht. Sie sind gehörten. Oder sind die hier. Hauber, Skelette. Ja, hinter dir. Hinter mir. Hinter dir. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir oder was machst du? Ja, mach mal kurz eine Platte. Hier kämpft noch. Hast du gesehen, wie ich den Pfeil blockiert habe? Hast du das gesehen? Ja. Ja. Schnubidubidu. Wird jetzt Kernholz rumliegen. Ja. Wir haben gerade perfekten Wind, um heimzufahren. Ja, soll ich mitkommen oder soll ich noch die andere Krypte machen und das Eisen ausleeren? Mitkommen musst du nicht. Ich würde jetzt heimfahren, Eisen rausschmeißen und dann das Schiff zerlegen und weiter in den Süden damit. Okay. Ist dir überlassen. Ja, das Eisen passt nicht mehr. Wegen was? Ah, du hast da ziemlich viel drin. Mach nochmal zu, dann nehme ich mein Eisen raus einfach. Ich habe es ja im Inventar drin. Ich weiß nicht. Jetzt kannst du ein Teil reinschmeißen. Okay. Okay. Warte mal. Das nehme ich mal mit. Das brauchst du ja da nicht. Okay. Okay. Zuhause der Erster. Okay. Ja, das Eisen wird wahrscheinlich immer noch nicht ausreichen. Du hast rüstungsmäßig noch nichts, ne? Nee, ohne Eisen. Also du hast mir schon genügend reingelassen. Nee, Eisen ist erst unterwegs. Siehst du? Nee, dann wird das Eisen auch noch nahrgängig reichen. Also wir haben 98 Eisen, die jetzt kommen. Okay. 98 Eisen. Gut, ich brauche jedes Mal immer diese 20 Stück, ne? Und nachher noch aufwerten die ganzen Dinger. Boah, das ist anstrengend. Ich bin gerade am überlegen. Ähm. Ich bin mit dieser schweren Rüstung noch nicht so ganz zufrieden, wenn man so will. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich glaube vom Sumpf. Die blockiert mich ein bisschen zu stark. Ja, ich glaube vom Sumpfland. Diese Wolfsrüstung, die ist leicht und im Schneeland. Ja, das wäre nach dem Sumpfland das Gebiet. Ja. Aber da brauchst du ja auch erstmal eine vernünftige Rüstung, um da drin ja klar zu kommen. Weil dann, dann natürlich gehen wir ja auch wieder auf die nächste Rüstung. Dann brauche ich auch kein Eisen, dann brauche ich die nächste Rüstung wieder. Ich glaube, eine Wolfsrüstung gibt es da, glaube ich, wie du sagtest und eine Silberrüstung, ne? Ja, aber die Wolfsrüstung ist ja die leichte Rüstung. Ich glaube, die Silberrüstung ist wieder etwas schwieriger. War das Silber? Ich glaube Silber, ja. Oder sowas. Müsste Silber gewesen sein, ja. Boah, wir haben schon so viel Knete und auch immer keinen Händler gefunden, ne? Ja, arbeite dran. Du kannst ja mal einen Kartentisch. Ja, klar. Halt, meine neue Insel ist noch gar nicht drauf. Die musst du ja erst kategorieren. Ja. Sobald ich daheim bin. Ja. Fühl dich gehetzt. Fühl ich doch schon. Äh, ne. Passt nicht. Schlamm. Warte mal da. Was ist da? Wo sind denn die Knochen? Warte mal. In der Kiste, wo Knochen sind. Ne, ne, nicht die Knochen, die, die... Ah, da sind auch die anderen Knochen drin. Die alten, ja. Ah, da, okay. Alles klar. Das wird lauter. Ich muss es ja noch sagen, dass der Wind perfekt steht. Hä? Jetzt steht da anti-perfekt. Okay. Ach so, warte. Warte, hier fehlt ja noch was. Äh. Äh. Genau, warte mal. Ah, du hattest doch Karotten. Nee, Karotten hast du jetzt noch keine übrig gehabt, ne? Nein. Stimmt, ja, das ist ja... Genau. Wenn du die Karotten nämlich hast, dann heb auf jeden Fall mal zwei Karotten auf. Damit wir den Gewürz-Gewürz-Ding da hinbauen können. So, diese komischen Bären. Diese Brechbären. Boah. Die nutzlosesten Bären aller Zeiten meinst du? Ja. Ja. Genau die mein Herr. Ja. Okay, dann guck ich mal, was ich in der nächsten Krypta noch finde. Nimm gesunder Med mit. Oh ja, stimmt. Giftwiderstand. Essen. Wollte ich ja machen, ne? Wollte ich. Hatte ich vor. Aber... Ähm, ja, ich wollte nochmal testen, ob das Portal funktioniert. Ja. Ich bin gerade noch überlegen, wo ich jetzt nächstes hin sollte. Eisen sammeln, ne? Nee. Ich mach die Nebenquest Okay Ja, warum nicht Was für eine Nebenquest Ja, Händler suchen Achso Okay Hauptfest, sammeln Sie 300 Eisen Nebenquest finden Sie den Händler Ja Ja, keine von beiden Aufgaben ist toll Gib mir mal kurz den Eisen-Sheet rüber Äh, nö Schade Weißt du, was ich aber lustig finde? Du kannst das Eisen nicht durch das Portal tragen Aber du kannst eine Eisen-Rüstung durchs Portal Ja Wie ist er denn verarbeitet, ne? Aber wehe, ihr setzt euch einen Aluhut auf Ich glaube Ich bin mir nicht sicher Aber ich glaube, wenn du hier einen Schmelzofen hinbaust Und das Eisenerz hier drin Hier drüben verarbeitet Kannst du, glaube ich, die Eisenbarren mit rüber schleppen Bin ich mir aber nicht 100% sicher Das sieht man, wenn man einen in die Hand nimmt Da ist das Zeichen dann dran Ja Wie die, geht die Sonne schon wieder unter? Ja, doch erst Oder nicht? Doch erst Das wäre doch, glaube ich, eine Idee Beim nächsten Mal Schmelzöfen in das Land bauen Da das ganze Zeug verarbeiten Und dann rüber transportieren Per Portal Oder halt, man muss Kohle und so mitnehmen Ich bin gerade mitten im Ozean Auf irgendwas aufgelaufen Da ist nichts Okay What the fuck? Geht ja auch hin und wieder an den Tisch Ja Also ich habe meine schon gemacht Ja Ich bin gerade auf dem Weg dorthin So So, so, nicht anders Ach, da ist ja nichts Willkommen zurück in der Krypta Das ist ja eine andere, ne? Ja Ja Wenn das wieder so eine tolle Krypta ist wie vorhin Dann kriege ich hier auch wieder gut meine 100 Eisen raus Kannst du mir kurz einen Gefallen tun Und deine Karte aufmachen? Oh, ja Kann ich Kannst du gucken, ob ich gerade aus Versehen auch bei dir Die andere Krypta gelöscht habe? Ähm Nö, also ich bin gerade in der Krypta drin Nee, in der anderen Die, wo du davor warst Äh, die sehe ich bei mir noch Okay Da habe ich die noch bei mir gelöscht Ja, macht aber nichts Das kann man ruhig Achso, nee, warte mal Weil ich habe gerade deine Markierung angeklickt Und dann war sie plötzlich sichtbar für mich Also so ganz hell, nicht mehr so grau Ja Und dann habe ich sie nochmal angeklickt So aus Versehen Und dann war sie halt weg Wie wenn ich sie gelöscht habe bei mir Okay Deswegen war ich mir gerade nicht sicher Ob ich sie auch bei dir gelöscht habe Weil es ja deine Markierung war Das würde sich wahrscheinlich erst Wenn ich jetzt an den Kartografie-Tisch gehe Wahrscheinlich dann erst ändern Ja, stimmt Aber ich bin mir sogar fest der Überzeugung Wenn ich zwar jetzt deins lösche Aber dann an den Tisch gehe Und du nimmst das Dann nimmst du auch mal eine Markierung wahrscheinlich wieder mit Ja, das sehe ich ja gleich Ich laufe nämlich gerade ein Ganz schön hoher Wellengang Oh Ah, das reicht Perfekt So, weg mit dir So, daheim Daheim auf dem Klö ist super Das, was er gesagt hat Okay Willst du beim Ausladen? Oh Echt, zu viel Oh nein Hier ist immer zu viel Was man so trägt Berserker Das wird nichts gegessen Das ist da ganz schlecht Wo du steckst Hä? Ich bin völlig an der Richtung Der war am Boot Man trägt zu viel Warum hockst du auf mir drauf? Geh runter Hat der mich eingequetschelt Das ist ja kleine Söckchen Kannst du ja zurückquetschen Ah, nee Danach konnte ich ihn bequetschen Lasset diese Gorgärn Nester Okay Okay Ich weiß, welche Eisen Müsst du auf einmal nehmen können Ja Dann ist das Boot leer Dann repariere ich es Und dann zerlege ich es Da fallen Sachen eigentlich draußen Wirklich nicht Oder zerfallen Weil Ich sehe hier Die Sachen sind immer so Zur Hälfte kaputt Aber nie mehr Ähm, nee Weiter geht es anscheinend auch nicht Da muss ich es ja nicht weiter reparieren Ich werde mal kurz das Eisen zurückbringen Nee, warte mal Das ist falsch Wir müssen demnächst auch nochmal Material für ein zweites Schiff besorgen Muss ich das hier nicht ständig auseinander klopfen Das ist hier immer so falsch an Sein eigenes Schiff zu senken Naja Da kommen wieder so viele Viecher Können wir eigentlich schlafen, während er in der Karte ist? Nee Weil ich höre jetzt auch ins Bett liegen Nein Nicht hier Nö Mann Wart 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 Ich wollte doch gerade mein Schiff senken Dann habe ich mal geguckt Wie weit ist es denn? Ist es denn jetzt Ich habe es repariert Oh nein, ich habe es repariert Viel Spaß Also von vorne anfangen Wart Wart aber weißt du was mir auffällt ja habe ich auch gerade gesehen okay wir sehen uns beim nächsten mal wieder danke fürs einschalten